Lade nach! Lade nach! Lade nach! BAM! Jetzt wird geschniped! Die Band schauen! Oh Gott, ich hatte die Gestelle! Lade nach! Ich lade nach! Ich lade nach! Ich starte ihn! Ey, ist das cool oder was? Lade nach! Oh, ho, scheiße, Mann! Lauf! Tschut-schut-schut-schut-schut-schut-schut-schut-schut-schut-schut-schut-schut-schut-schut-schut-schut-schut O, Lame hoch! Lade nach! Jetzt geht's die Kurve rum! Und jetzt geht's wieder hoch! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Hänge halt voll die an! Immer die Schienen lang! Du schlösser! Uuuuuhhhhhh! Ach, schade! Hilfe, Hilfe! Ich will gerade sagen, das wäre ja eine echte Schande, wenn sie es nicht treffen würden. Halt mal jemand den Alarm aus! Yo, ich bin nicht Endlich hier Krass Wow Die Achterbahnίνe Schuss Juhu 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 Nein, wo kann ich ihn ausschalten? Juhu Wir müssen die Achterball abschalten. Lade nach! Hand nach! Hand nach! Lade! Stell den Alarm aus! Muss heiß! Da! Schutzraum! Der Clown soll die Klappe halten! Der Clown soll die Klappe halten! Ich bin drin! Und ihr? Kommt schon! Kommt schon! Mach Angst! Hab ich nie dran gezweifelt. Also es war heute nicht mal so... ...schlecht würde ich jetzt mal sagen. Also ich hab's schon ganz anders da erlebt. Das sind wir schon alle auf der Achterbahn krepiert. ...krepiert! ...schlecht... 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 ... content... Ja, hier liegen Medipacks. Wenn ihr mich verarschen, kommen die Zähne und holt euch eure blöden Medipacks. Krass. Stell dir mal vor, hier, das wäre wirklich passiert. Ach man, du hast einen Sniper und bist zu blöd um mal die Gegner wegzuholen. Dort noch einer. Hier und dort. Lade nach. Okay. Du schaust gerade nicht, wo wir lang müssen. Oh, jetzt schon wieder. Ich glaube, ich bin eine Wutsch. Hä? Jetzt sind wir ja wieder... Wir sind wieder zurück am Anfang. Wo ist er? Das hört sich verdammt nah an, aber ich weiß nicht, wo sie ist. Wir lassen sie sitzen. Das ist wohl zu heiß. Ähm, wie war das jetzt? Lade nach. Fuck. Wenn ich die Kunde später meine Klinge hätte ihn getroffen, dann war ich weggewogen. Lade nach. Los, rein ins Stadion. Ich hab ne Idee. Lade nach. Schieß den Klauen ab. Häng. Lade nach. Ja, erdeutscht. Ich lade nach. Okay, jetzt geht's schon mal nicht lang. Gut, weiter geht's. Hier lang. Wir müssen... Oh, guck mal, ihn streichelt so. Adrenalinschuss. Naja, wegen dem Schuss. Schnapp mir den Schuss. Uh. Ja. Durch die Tür. Ja. Okay. Pillen. Wird ne Weile reichen. Wir sind gewehrt. Okay. Klettern wir über die Dächer. Smoker, smoker! Schneller, schnaller, schnaller, schnaller... Scarz bin, sarz bin, sagst vor... Nein, nah, verbatim! Du wählst uns zuhaften. Schnapp! ещё tempting, schwerwie zufreien... ...dcoming, purt fest aflئf! Mö supplied, BRIGS, senna elenduv. Abtусchafter, als vosotekiochmal, ... trees, spescha, alle ausgekauft in den Medipack wie öffnet man noch gleich dieses Tor? wie war denn das? ich mach auf nein ich will nicht mit euch spielen ich will nicht mit euch Kommt schon, wir können nämlich unendliche Valence. Und deswegen sollten wir uns mal ein Weh beeilen. Oh, ja, komm schon, wie viele wollen's noch kommen? Und dann geht der Heimler. Worüber lange müssen wir da hinein? Lass mich nicht schreiben, ich muss nicht schreiben, ich muss nicht schreiben! OOOOH, OOOOH! Oh! Hey, der voll ist ein Fischraum! Wir sind hier voll die Kicks! Das ist absolut! Yeah! Jetzt kommt das letzte Level! Diese Kampagne natürlich! Das ist die dritte! Ich weiß gar nicht, wie viele da noch kommen! Hm. 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 Okay, folgender Plan. Erstmal sammeln wir Vorräte. Dann zünden wir das Midnight Rider Finale. Das ist mit Feuerwerk, Rauchbomben, Lichtern und all soem Zeug. Der Helipilot muss das sehen. Ah, super Idee, Coach! Rocken wir los, falls keiner ne bessere Idee hat. Hm. Okay, klingt nach nem Plan. Das ist jetzt echt nicht wahr, oder? Ich weiß nicht, wie soll ich das Scharfschützengewehr behalten? Hab ich schon mal erzählt, wie Keith und ich ein Feuerwerk gemacht haben? Ich hab ja kein Plan von Chemie, aber Keith meinte Benzin-Brenntau, oder? Hat's dann auch. An 95% von seinem Körper... Okay. 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 Und dann... Licht an! Licht an? Wie Licht an? Hä, was meint ihr denn mit Licht an? Äh... Ich habe aber auch keine Ahnung gerade wie das funktioniert. Lade nach!